Ich meine, du kannst ja einfach so in Sünde leben und erwarten, dass du trotzdem in den Himmel kommst. Nun, lass mich dir einen Tipp geben, einen überhaupt gar nicht zynisch gemeinten, gut gemeinten Tipp. Wenn du Vater bist, einige von euch sind Väter, wenn du ein Vater bist, einen Sohn hast und dein Sohn gegen deine Regeln verstößt, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp, dann wirf ihn einfach in ein Lagerfeuer. Wirf ihn einfach in ein lichterloh brennendes Lagerfeuer. Oder wirf ihn in einen Kamin. Oder vielleicht bist du irgendwie im Metallbau tätig. Vielleicht bist du irgendwie Stahlarbeiter oder so. Dann wirf ihn in einen Hochofen. Ich meine, die Hölle wird 10.000 Mal schlimmer sein, 100.000 Mal schlimmer sein. Ich weiß nicht, wie viel schlimmer sein, als jeder, als alle Hochöfen der Welt zusammen. Und so wird es in Ewigkeit dauern. Anselm, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sowas sagen? Aber warte mal. Dich beleidigt das, was ich jetzt gerade sage? Du findest das anstößig? Weißt du, was ich anstößig finde? Dass du dich erdreistest. Du, der du zu Hause sitzt vielleicht. Der du im Nachhinein die Predigt schaust. In ein falsches Evangelium glaubst. Dass du dich erdreistest. Gott zu bezichtigen. Ein schlechterer Vater zu sein, als du. Du kannst einfach so in Sünde weiterleben. Und glauben, dass du trotzdem gerettet wirst. Dass du trotzdem in den Hild kommst. Weißt du was? Dann nimm doch deine Kinder. Und wirf sie in ein Feuer. Jedes Mal, wenn sie gegen deine Regeln verstoßen. Dich beleidigt das? Dann geh doch. Glaubst du allenerstes, dass du ein besserer Vater bist, als Gott selbst? Das, was du damit sagst. Das würde ich doch niemals machen. Okay. Gott würde das niemals machen. Dass er seine Kinder, dass er Christen zur Hölle fahren lässt. Und hier ist das Ding, wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, dann bist du nicht Gottes Kind. Dann fährst du zur Hölle. Aber wenn du gerettet bist, dann bist du gerettet. Wir glauben einmal gerettet, immer gerettet. Wir glauben an der Rettung aus Gnade durch den Glauben. Und deswegen glauben wir auch an drittens die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben an einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Genauso wie ein Vater seinen Sohn natürlich nicht in ein Feuer werfen würde, würde Gott auch seine Kinder, Christen, Gläubige nicht in die Hölle fahren lassen. Wir glauben an die ewige Sicherheit des Gläubigen. Wir glauben an einmal gerettet, immer gerettet. Ihr schlagt 1. Johannes 5 auf. 1. Johannes 5, ich lese vor aus Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich meine, wie schwer ist das zu verstehen? Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, aber du kannst dich lossagen von Gott. Was für ein Quatsch. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Oh, du bist größer als Gott. Du bist stärker als Gott. Du kannst dich lossagen von Gott. Bist du stärker als Gott? Wenn Gott dich hält, wenn du einmal gerettet bist, dann hält Gott dich. Dann bist du für immer gerettet. Was wäre, wenn sich ein Vater oder wenn sich ein Sohn von seinem Vater lossagt sozusagen? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Hat er dadurch eine andere DNA? Nein, er ist immer noch der Sohn seines Vaters. Genauso wie wenn wir als Christen zurückfallen, das schwarze Schaf in der Familie sind. Wir sind immer noch Gottes Kinder. Weil wir unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Wir haben ewiges Leben. Wir werden es nicht irgendwann bekommen, sondern die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Gegenwart hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen, vielleicht, sondern hat ewiges Leben. Wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann bist du nicht gerettet. Lass mich dir die Frage stellen. Wenn du das ewige Leben wieder verlieren könntest, dein Heil wieder verlieren könntest, was müsstest du tun oder lassen, um gerettet zu bleiben? Und deine Antwort ist mir völlig egal. Denn es läuft immer darauf hinaus, dass du eben irgendetwas Gutes tun musst oder irgendwelche Sünden lassen musst, um gerettet zu bleiben. Und rass mal was, dann hängt deine Errettung von dir ab und dann bist du nicht gerettet, dann wirst du zur Hölle fahren. Du kannst nicht gerecht werden durch das Halten der Gebote. Hey, wir haben alle gesündigt, denn es ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht Sündige, sagt die Bibel. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und weißt du was? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben den ewigen Tod in der Hölle verdient. Wir haben es schon verborgt. Wir haben schon, ja, das Urteil steht schon fest, wir haben schon die Hölle verdient. Es gibt keine Chance, das irgendwie rückgängig zu machen. Es gibt keine Chance, das irgendwie besser zu machen. Das Einzige, was uns reich von Sünde, ist Jesu Blut. Und wir müssen glauben an den Herrn Jesus Christus, um gereinigt zu werden durch Jesu Blut, damit unsere Sünden vergeben werden, damit wir ewiges Leben haben. Das ist das Einzige, was wir tun können. Was muss ich tun, als ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer aber Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis. Was ist das Zeugnis? Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Gott hat uns nicht temporäres Leben gegeben. Gott hat uns nicht endliches Leben gegeben. Gott hat uns unendliches, ewiges Leben gegeben. Würde es doch wieder aufhören oder würde Gott es wegnehmen, das Geschenk des ewigen Lebens, dann wäre Gott ein Lügner. Dann wäre Gott ein Dieb. Und all diese Irrlehrer, all diese Hunde, die einmal gerettet, immer gerettet ablehnen heutzutage, in all diesen falschen Kirchen in Deutschland. Sie werden alle zur Hölle fahren. Sie sind stolz. Sie bezichtigen Gott. Ein Lügner und ein Dieb zu sein. Das ist, was sie damit tun. Das ist nicht so, wenn du nicht an ewiges Leben, unendliches Leben glaubst, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, dann glaubst du Gott gar nicht. Denn was sagt die Bibel hier in 1. Johannes 5, Vers 10? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Was ist das Zeugnis? Das steht im nächsten Vers, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Dann heißt es in Vers 10 weiter, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Warum? Weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Jemand, der nicht an ewiges Leben glaubt, an ewiges Leben, Betonung auf ewig, der glaubt Gott gar nicht. Denn es heißt hier in Vers 10, wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Ja, ich glaube an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Ich glaube nur nicht an Heilsicherheit. Ich glaube natürlich auch an Gott. Ja, wir sind Brüder, wir sind Christen. Ja, so kommen die Irrlehrer daher. Ich glaube an Gott. Wir sind doch Brüder. Ich glaube nur nicht an eure Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Nun, dann glaubst du gar nicht an Gott. Dann glaubst du nicht an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und worin besteht dieses Zeugnis? Dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Ich glaube nicht an das Zeugnis.